Route Poblenu Im oberen Bereich ist eine visuelle Ebenefläche und unten eine Situation-Taktile Karte. Da bevölkerung, watch CRM 18. Jahrhundert. Seit 1804 erweiterte sich auf dieser Seite des Flusses und Poblenu wurde geboren. Ihr Zentrum ist die Plaza de la Luz. Die alte Straße wurde durch die neue Straße Alicante umgeleitet. Diese Straße überquerte den Fluss durch eine Furt und die Stadt zu betreten eröffnet die Wand in der Travesserit. Die Straßenbrücke wurde 1868 fertiggestellt und nach Bardschaft Cervantes entstand. Die Straßenbrücke wurde 19. Jahrhundert. Vielen Dank.